So Herzlich Willkommen auch von meiner Seite Oh, ich krieg sofort Schaden Falsch an wahrscheinlich Ähm, jo, ja Hat uns eine schöne Stadt besucht Weil ich mach erstmal noch Ich zeig erstmal, wer noch mit dabei ist Der Spielekind ist dabei Jawohl Und der Predator Energia Moin Moin Ich nehm natürlich auch Bau auf mit den beiden hier Ah, Carlos, Alter Ah, Carlos war hier Wisst ihr aus welcher Stadt er ist? Blau Äh, äh, guck ich kurz nach Äh, was bringt die mehr gekochte Kartoffeln oder ähm, Weizen Gepochte Kartoffeln Dann pflanze ich die immer wieder und nehm wir da ein paar Oh nein, wieso muss ich jetzt noch sein? Also wir brauchen so ein bisschen Weizen dann für die Tiere Und auch die Brose sind echt ganz gut Aber gekochte Kartoffeln Oder, lass das mir zu, dann muss ich ein bisschen tiefer Ist das so, wir müssen echt mal jetzt Tiere irgendwie ranholen Ja, macht ihr das, Mann Ich baue mal im Nater-Portal Ja, ich müsste eigentlich mal meinen, ne Die Dings ein bisschen hübscher machen Mein Haus ist immer noch nicht fertig Wird immer noch so halb fertig rum Ja, meinst du sieht auch nicht besser aus, aber ist ein Haus, ne? Ja, ich mach vielleicht noch ein Duff, die Folge drauf Nein, Schöp Schnell, schnell klauen Oh, Phil Ich mach dir mir gerade eine Reihe, weißt du Die ganze Zeit, ja Lernst du dir mal die Karotten Machst du nie was Für dieses dumme Feld und jetzt Wo ich hier einmal was mache, musst du auch ranholen Good Job Na klar Haut euch, haut euch Geht schon wieder gut los, die Aufnahme Ja, also, oh, mich freut das überhaupt mal hier Dich kümmerst um die Felder Ich merke schon, ihr habt euch über die Folge Ja, der einen Folge, ey, ich hab mich schon mal drum gekümmert Und der einen Folge hab ich so hochgejagt Ja, hast du dir aber gut drum gekümmert So ist es nun nicht So, jetzt gleich nochmal Weizen anschlanzen So ist es jetzt hier hinten bei dem Feld, okay Dann lass ich dich das mal machen Ja, äh, ja, ich hab jetzt nur die eine Seite, die Ich hab irgendwie genauso viele Kartoffeln wie am Anfang Aber, naja, mach mal den Namen hier weg Ich weiß ja jetzt, dass Carlos da war Ja Endlichkeit ein bisschen höher, weil ich davor PvP gespielt hatte, aber ist okay Dann hab ich jetzt erstmal siebenwörsch Kartoffeln, die ich braten kann, das ist doch Ja, das ist gut Ich hätte auch einfach hier so ein schönes kleines Holzshit Hinten machen können auf den Weg, aber Naja Das, ja, das ist zu einfach Naja Beim nächsten Mal baut der, beim nächsten Mal zerstört er unsere Häuser, um da Nee, der darf er nicht Ah, da hat der was geklaut Ja, mal gucken Ich hab alles Wichtige in meinem Inventar, ne Ja, bei mir hatte ich nur Crab drin Ich hatte Eisen und alles in meinem Thron, das sollte er nicht rausgehen haben Nein Man soll ja auch eigentlich nur, wie war das noch? Eigentlich sollst du ja auch Eisen Ja, mit Verstand klauen, ja Achso, ja, genau Aber trotzdem hätte ich das Eisen, okay, mein Öfen ist auch etwas wie Eisen noch Ja, dann sei doch froh Ja, das wundert mich, also ich hätte das alles geklaut Ja, Niklas hat wieder alles mitgenommen, ne Natürlich, ich hab jetzt hier zum 1-Deck voll Eisen und jetzt hätte ich alles mitgehen lassen Aber naja, ist okay Erst erstmal ein paar gehören, einfach um voll zu werden Wollen wir vielleicht alle mal schlafen? Ne, ist ja gerade einer unter, oder? Wollen wir mal kurz schlafen gehen? Ich weiß nicht Ja, komm, ja Ist mein Pferd noch da? Ja, von mir aus Warte, ich wollte nur noch kurz Wölfte mir nur noch kurz, ja Rote Ich lieg im Bett Ja, ich sparte auf, ne Gehe jetzt um Warte, meine Truhe noch da ist Ja, Moment, da darfst du dann So, ich lieg jetzt auch im Bett Warte, ich geh auch gerade ins Bett Ja, ich lieg auch drin Okay, dann warten wir einen Moment, hat sich jemand irgendeinen Timer oder sowas gestellt? Ja, hab ich Ja, Mai, bei mir läuft auch das nicht jetzt Natürlich hab ich mir einen Timer gestellt Hallo? Alter, bist du Boss, Junge Junge, wenn du das wüsstest So, jetzt brauche ich für meinen richtig prämien Garten hier hinten So, ich hab mir kurz nicht zurückgeschrieben Das klingt total unprofessionell Ah, da packe ich den Turm mal hin Oh, Junge, passt Ja, ja, ich hab auch immer wieder ungefähr die gleiche Position Immer ein little bit anders Phil, wo bist du? Ich bin an meinem Haus und baue mir jetzt hier meinen Garten Ja, ich hab gehört, du hast was zu essen Hä, das ist aber meins Ich hab was, wenn ich Das hab ich mir extra gepflückt Alles klar, dann geh ich halt zum Niklas Ach, Creeper, du Stück, alter Du Stück, Creeper, du Stück Ja, was in der Jacht, dir einfach mal wieder hier was hoch Limm Creeper, als Tag Aber er hat schon eine Spinne getötet Das ist so seine Aufgabe Ja, hat er die Blumen kaputt gemacht? Ja, die mach ich wieder heile, chill die mal Hier hast du feile Nix find ich gar nicht so viel essen Doch, ja Gib dem alles was ich dabei hab Nach der Hälfte meiner Karotten Wird du erstmal reich Vielen Dank, jetzt verhungere ich nicht mehr Der Niklas, der ist wieder sozial Ja, natürlich Hallo Hat noch jemand von den Kabels genommen? He, wie viel willst du haben? Doch, ich hab die, ich hab die Okay Ich hab die, ich hab die Ich hab die Was, ich können sie Ich Mach ich das ja oben dazu Mir gibt der die Gehirne Danke Bitte, ich musste mein Inventar ein wenig leeren Ja, nicht schlimm Oh, ich hab mir ja vergessen original Wieso hab ich keine Fakten? Ich hab die ganze Zeit Egal Was? Ich hab grad Ja, ne, ich hab mit mir selber geredet Okay Ich hab keine Freunde Weißt du, da muss man mit sich selber reden Ja, kenn ich Kennst du, ne? Kennst du, ne? So, machen wir erst mal zu So Da, hm Was? Hinterm Wald war die Lava, ne? Was? Hinterm Wald war die Lava, ne? Ähm, ja, hör mal hier Geradeaus, da hinten Also ja, das kann ich ja schlaube kennen Also ja, das ist hinterm irgendwoher Aus dem Wald komm ich her Aus dem Wald komm ich her Das hat eigentlich Einfach nur die ganze Zeit Zombie gehörne Das wär, dass man kein gutes Essen verbrauchen Ja, so, ich würde ja nichts abgeben da Na, ich hab die Zombiehörne alle schon aufgegessen, die ich hatte, ja Gucken, wie sieht das jetzt aus Jo Annehmbar auf jeden Fall, Leute, oder? Kann man machen, sagst du? Wo ist denn die blöde Lava? Ich glaub ich bin War die, die war im Wald, die da war, ne? Äh, ja Dann bin ich noch vorbei, glaube ich Kann nicht hinführen, wenn du willst Ich find das schon Irgendwie, irgendwie Irgendwo, irgendwann Kannst du mir wohl ein bisschen Holz mitbringen, vielleicht Oder so Wenn du Lust hast Warte Eins Eins Zwei Drei Vier Fünf Habe ich denn ne Äh, ja, äh Was willst du denn für ein Holz haben? Ist eigentlich ziemlich egal, nur für Zäune dann später Also nicht mal so wichtig, nur falls ihr dann Jetzt mal Kühe oder so Suchen geht, dass ihr dann so einen kleinen Zaun da drum rumsehen könnt Ich bin noch auf dem Buch mit Ähm 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 Und das Ding Und Phil, was machst du jetzt gerade in deiner Aufnahme? Ausbauen Das war mein Chaos Immer noch, Mensch Er hat ja immer komplett abgerissen Hä, was? Was hältst du denn immer noch? Ich bin nicht schon übel zweit, Alter, dadurch dass er jetzt kleiner ist Hast du das komplett abgerissen oder so? Ich hab die obere Etage abgerissen und bei der unteren Tausch die Wände einfach nur durch ein anderes Material aus Die untere Etage bleibt so bestehen Ähm Ja Danke Wenn du irgendwann mal Bock hast, kannst du ja gerne einfach mal vorbeikommen Gerne Wo bist du? Da Hier Du hängst in der Wand Oh Ah, danke Warte, dass du jetzt so viel Das ist meine Schaufel Ah je Okay Ähm Steht dieser Verzauberungstisch noch? Bei dir irgendwo rum Den hab ich im Inventar Kannst du ihn mal kurz irgendwo platzieren, bitte? Ja Den lässt Raum aus Steht der denn jetzt Wolltest du wieder Bücher verzaubern? Ähm Ne, nur meine eine Oh Seher Mit dem Raum hier unten in diesem kleinen Garten Ja Achja Und meine Schaufel Komm Level 1 finde ich Ja Ja Fischern zieh Jo Leckt ein bisschen wie es scheint Oder Ach ne, die Hoh Die Hoh kann man nicht verzaubern oder? Keine Ahnung Meins ne Also Hab schon nie versucht die zu verzaubern aber Naja dann nicht Und irgendwie hab ich vergessen hier was abzubauen Ach Idiot Scheiße Kann man mit Lava auch eine unendliche Wasserquelle machen? Ach ja Nein Nein Geht nicht, das geht nur mit Du musst die Lava dann schnell wieder wegnehmen, wenn du das jetzt machst Okay Dann die wieder hast, dass das eben zu obsidieren oder so und Dann dauert das jetzt ein bisschen Achso, du hast die jetzt wo weg in Mache auch keine Ich muss jetzt ein paar mal laufen, sagen wir mal so Nachher werden dann richtig Level gefahren im NETA Ja Einster Ja Ich bin jetzt auch wieder Level 8 nehm ich Ja Ich bin jetzt Level 1 Ja Geil Ja ne Dann bist du nur gestorben Gar nicht, wir haben die ganzen Bücher doch letztes Mal verzaubert Achso, ja Achso, ja Achja, ist recht Mensch Achso Achso, ja Kann man hier noch anbauen, ja Achso, ja Kann man hier noch anbauen, ja Achso, ja Kann man hier noch anbauen, ja Oh Gott, das muss hoch hier Oh Gott, das muss hoch hier Wieso, was machst du jetzt gerade? Ich gieße das Portal Okay Ich muss hoch hinaus Was machst du nochmal ab? Du brauchst auch in deinem Haus, Horat Ich boge gerade ein Feld neben mein Haus Ich Okay Ich boge gerade ein Feld neben mein Haus Ich Essen mehr hab Okay Und Ja Haus hab ich jetzt eigentlich nicht so gut wie fertig Dann soll ich wahrscheinlich da mal Mit Spielkind ins Spielkind ins Another gehen Jo Wunderbar Ist das jetzt schon fertig, das neue Portal? Sofort Nein, das macht er doch gerade So, okay Ich hoffe So schnell bin ich nicht Kein Ding So, wie bin ich Ah, nicht zu der Lava Gut, jetzt hab ich die drei hoch Mit dem ganzen Kram erneut ab Wir müssen noch wieder Lava holen Er hättest du dir eine Anleitung angeschaut Er hättest du dir Ein Lava Dings Und mit Ich glaub sogar mit einem Wasser Eimer Dieses Portal machen können Aber ist egal Nicht so schlimm Na und? So haben wir auch gleich reint Was ist eigentlich mit Nico? Habt ihr mal wieder was von dem gehört? Oh ich find's echt kacke Alter, was der so macht Der Antwort und nicht mehr und so Naja, also Nico Hat er geschrieben Er hat keine Lust mehr und so Ähm Ähm Keine Zeit mehr Naja, genau Ich hab das auch Und dass er halt Probleme so privat hat Aber ich dachte das irgendwann noch mal Verhoffung hat War das stimmt gar nicht Was? Na letztens hat ein Kumpel von dem Unser Video geschaut Wo wir das auch gesagt hatten Und dann hat er mich angeschrieben Und dann hat er mich angeschrieben Und dann hat er mich angeschrieben Und er hat einfach keine Lust aufzunehmen Und so und dies und das Aha Ja siehste Mein Freund Wir haben ne super Community Wir kommen da überall hinter Haha Ich hab mich nämlich an ja schrien Und er hat das wirklich zu mir geschrien Aber ist ja egal Er hätte uns ja auch eigentlich sagen können Das Sicher hat's nicht schlimm gefunden Aber Ja stimmt Vergeht in die eigene Sache Was ist sonst wieder dunkel zu euch gerade Die Suche von Hühnen gehen Die Kühe Weizen Alter die Kühe sind so mega weit weg Da brauchst du nicht untersuchen Na und Dann fang jetzt schon mal die Folge an Aber wir brauchen unbedingt jetzt Kühe Zwei Stück will ich haben Dann musst du Richtung Stadt Orange laufen Da waren ganz viele Du kennst den Weg ja Ich lauf jetzt erstmal hier In die Richtung Da im Sumpf Im Sumpf sind keine mehr Ja Da waren eh nur Schweine Ja Ja Schweine würde uns ja auch was bringen Ja Ich bringe einfach Schweine Also Kühe Wären wir lieber wegen dem Leder Aber wenn ich Schweine sehe bringe ich die jetzt auch Ja Lass mal Enderman Ups Hier auch nicht gesehen Oh ich hab fast angeschaut Ach ich fehl Oh jetzt regnet es ja auch noch Ja Das war super Mein coolen Garten Hier ist die Lava Meine Teile sind fast alle da Nur noch meine Grafikkarte und mein Arbeitsspeicher fehlt Ja Geil Nice Dann werden wir nämlich auch mal zusammen Das können wir ja jetzt schon mal sagen Armor und sowas aufnehmen Und Ja Weil sonst schafft das Bisschen das Spielekind Endpitz hier noch nicht ganz so gut Nee Ist nicht der Beste Sagen wir mal so Ja Da sind wir grad die alle Creeper Okay Er ist nur Schafe Oh Ein Huhn Das ist ein Pfeiler vielleicht später Aber ich hab grad Doch ich hätte Soll ich es mitnehme Ich bring mal ein Huhn mit Ist ja schon mal ein Anfang Ich muss echt schlafen Ist echt schade dass Nico nicht mitmacht Weil ich baue ja hinten grad meine Poolecke Und da habe ich jetzt hier so Stühle Ja Da ist immer so ein ganz normaler Sessel für ja Affe Dann ist hier eine Liege für Spielekind Und dann ist hier so eine Doppelliege Für mich und Nico Und er ist ja leider nicht da Muss ich mal alleine auf der Doppelliege sein Das ist echt schade Ne Homo sagst du? Genau Hey Oh Gott der Spinne Mein Huhn anlocken Mit Huhn Komm jetzt Hey Wow Fuck alter hab ich mich erschreckt Da kommt da so eine Kackspinne hier rein Alter Klettert die über die Mauer Alter Ja Amen Oh Komm mit jetzt Jetzt bin ich mal gespannt Und was Äh Ey Komm mit Jetzt Alter läuft bei der Packe hier Ey Komm nochmal mit Ja 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 Weil ich gerade in Neta gegangen bin Deshalb kommt das Huhn vielleicht nicht mit Komm mit Huhn Oh Bitte 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 Komm nochmal mit Ja weiß einer von euch wie man diese Redstone Lampe baut Brauchen wir da nicht Glowstone Bin ich bei uns? Ah ja ich bin bei uns Ja du brauchst einfach Was willst du machen? Ja Und diese Redstone Lampe Ja 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 Dann musst du Ich glaube erst mit Glowstone Block Also Dings machen Oder ich sterbe ja noch wegen den Viechern weil ich rückwärtslaufe und den angegriffen werde und gerade nicht regeneriere Eigentlich bräuchte ich jetzt die coole Wolle aber gibt es hier noch so einen anderen Stoff irgendwie Alabaster oder irgendwo Und so einen Weißen Ja Alabaster aber wenn ich hier willst du das hier bekommen Gibt es noch einen so einen weißen Stoff Was kann ich wieder heiß Achso ähm Koks Marmor Genau Marmor Gibt es Marmor überhaupt oder war das nur den einen Ja Ja Dann dafür geh ich ja jetzt in Neta dann musst du Quarz sammeln Quarz sammeln Sieht aus wie Marmor Achso Okay Und das dann so zu kraften Lücken Äh kraften Zu blöcken kraften Geh weg Nein Quarz ist kaputt Also blöcken Ich bin tot Dann kannst du ja mal ganz kurz runter kommen Ja Achso ist noch clever portal fertig Ja Aber bei mir ist nicht jetzt schon 21 Minuten Leute Ja Ja Aber wir gehen auch gleich und noch meine Sachen holen Wir müssen eigentlich keine Tiere nur am Tag Und das ist so unnormal wie viele zum Mist einfach sporen Ich kann nicht die ganze rückwärts laufen und dann werde ich noch von 1000 Bieren attackiert Aber dann weiß ich das jetzt auch Nicht wieder ein Stück schlauer So ich hab ein Quarzvorkommen abgebaut von Level 0 über Level 6 Okay Noch mal was Wunderbar also nächstes mal komm ich auch mal in Neta rein Aber solange man eben keine Kühe anbringt und diese 1000 Level eben nicht Das stimmt Ein bisschen Leder habe ich aber ja Das haben die anderen uns ja sagen wir quasi übergeben Ja 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 Übergeben Prost Achja ich muss ihn aber eilen weil ich will ja noch meinen Neverstern neu verstecken Leute ich habe mein altes Stern geguckt Der muss irgendwo hier sein Ich habe ja da gegraben also einfach falsch Irgendwo hier sein bei dieser Blume Ich hab keine Ahnung wo ich gestorben Ich bin doch gerade hier Hier ist nix wichtiges Meer Und hier hinten wo kann das sein Kann doch nicht sein Ist der hier auch nicht So wie weit seid ihr Jungs? Ja wie gesagt ich habe doch gerade gesagt ich will meinen Neverstern neu suchen Es kann doch nicht sein dass ich den Twitter nicht finde Ich habe mir jetzt extra mein altes Display angeguckt Ey haben die Denen geklaut da Die haben doch nichts geschrieben Nein Ich weiß nicht Du weißt doch genau den Punkt Ich bin ja 100% sicher dass ich ja an der richtigen Stelle grabe Vielleicht noch nicht tief hin und warte ich gehe mal noch ein Stück tiefer und knapp Da habe ich schon wieder weil ich nicht mehr rennen kann Und bevor ich jetzt habe geschossen wäre Müsst gleich da sein Da oben auf dem Berg liegen meine Sachen Ja Das kann nicht sein ey Aber selbst wenn die den mitgenommen haben Dann lassen die doch da wenigstens eine Tour oder irgendwie einen Ruheraum oder so Oder brauchen die da einfach das auch noch ab Ich hab's Oh ich hab's alter Endlich Ja ich hab die Schere weggepäumt Süßte Oh das hat echt Alter das Versteck war so boss eigentlich dass die das weiter lassen Aber nein ich will jetzt immer so ein anderes was ich auch mal da leichter finde Ich glaub ich bin meine Sachen nicht wieder Ich hab das gleich noch was selber zu tun Hüßte Achso Ähm in deinem Haus Ist ein Creeper Ey warum sind die immer in meinem Haus Was ist das? Ich hab's ja eigentlich genug facken Ich hab's mir ja total Orientierung verloren Ich bin vorhin einfach dreimal vorbeigelaufen Du bist ja noch nicht da Dann kann ich ja noch mal eben ein paar Bücher verzaubern Jo Töte ich mich Ja Nein Gut Leute Ja das sind Creeper Raus hinten Ah Ja Invasion Ja Ist was kaputt gegangen Ich geh mal komm zu dir Phil In deinem Haus ist einfach not Um den Abschied hier zu machen Bei meinem Haus ist grad so eine fette Party Und ja Fette fette Party Guck mal bei Niko irgendwas brauchbares rumliegt Nö Der hat nicht mal eine Kiste hier drin Ja siehste So Also wir haben das Neta Portal fertig Nächste Folge geht's in Neta Ich würd sagen Dann ist für uns beide jetzt Schluss Warte Wollst du mit jetzt? Nein ich nehm jetzt nicht mehr alleine auf Okay Jetzt auch erstmal Schluss machen Obwohl ich grad richtig Bock habe auf Weitermachen Alle in der nächsten Folge baue ich auf jeden Fall fett weiter Okay dann Zeig mir mal deine Liegen Dann musst du da zur Tür rausgehen Welcher Tür? Hier Da Guck mal hier ist ein Gang Ach da Sorry Das hier ist mein Poolrand Und das hier der Stuhl ist für dich Und die Liege darfst du spielen können Aber dein Stuhl ist auch voll weich Ja ist Premium besser Das sieht aber nicht so weich aus Na gut dann nehm ich dich mit auf die Doppel-Liege Aber jetzt lass erstmal Schluss machen Okay dann Leute Haut's da rein Bis zum nächsten Mal Tschöö Tschöö